So, hallo zusammen zu einem kleinen Special. Was ist jetzt eigentlich aus unserem Treffen geworden in Würzburg am Hauptbahnhof? Tja, also ich war dort, kurz vor drei war ich dort, um es genau zu sagen. Ich bin dann erst mal kurz über den Platz geschlendert. Kein Hansi Guttner in Sicht. Hätte ich mir eigentlich auch. Ja, es war ja klar, dass er nicht kommt. Er hat einen Schwanz eingekniffen und was sagt uns das? Er hat einfach nur eine große Fresse und nichts dahinter. So schaut es nämlich aus. Er möchte uns Gamern, uns YouTubern erzählen, was Sache ist, aber er kriegt selbst nichts auf die Reihe. Danach folgt noch ein kleines Video und ein Statement von mir über diesen Vogel. Naja, und jetzt wisst ihr, was ihr von ihm halten könnt, halten müsst. Naja, und ich verabschiede mich hier schon mal, weil ich das ja auch nochmal im Film mache. An der Stelle verabschiede ich mich und dann schalten wir mal oben zum Film. Bis dann, tschaui. Schiff wie Sau in Würzburg war ja klar. Bei meinem Glück. Äh, Hansi hat sich leider nicht blicken gelassen, aber ist auch egal. Ich hab's ja so gewusst, dass das ein feige Drecksau ist. Fahren wir wieder zurück. Fahren wir wieder heim. Vielleicht das Video gleich. Es sind nur ein paar Minuten, weil es draußen schüttt wie aus Gießkannen. 60 Kilometer umsonst gefahren. Ist egal. 120. Ich muss ja wieder zurückfahren. Egal, was soll's. Scheiß drauf. Aber jeder weiß jetzt, dass Hansi ein feiges Würstchen ist. Er gibt nur an damit. Aber hat nichts drauf. So einfach ist es. So. Und ich verabschiede mich, weil die Ampel jetzt gleich wieder auf grün umschaltet. Und, äh, naja. Da ist es. Bis dann. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.